Hui! Nix passiert. Viel Spaß. Sagt der Lehrer zum Schüler, ich habe gesehen, wie du meinen Hund gestern die Zunge rausgestreckt hast. Der Schüler, das stimmt, aber ihr Hund hat angefangen. Mami, 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 warum springt Papa denn die ganze Zeit im Garten rum? Mutter, sei still, Kind, und lade nach. Ach, was ist 15 Zentimeter lang, lila, und es will jede Frau haben? Ein 500-Euro-Schein. Herr Doktor, Herr Doktor, alle ignorieren mich. Der Nächste, bitte. Du denkst, du fährst gut? Die Deutsche Bahn fährt Güter. Ja, ja, ja. Ist ein junger Bursche mit dem Pastor in den Aufzug. Grüß Gott, junger Mann. Tut mir leid, so weit fahre ich nicht nach oben. Geht Fritz mit seiner Oma einkaufen, sieht Fritz 5 Euro auf dem Boden. Daraufhin die Oma, was auf dem Boden ist, hebt man nicht auf. Dann sieht Fritz 500 Euro auf dem Boden. Daraufhin die Oma, was auf dem Boden ist, hebt man nicht auf. Später ist eine Bananenschale auf dem Boden und die Oma fällt hin. Da sagt die Oma, komm Fritz, helfe doch mal deiner Oma. Darauf Fritz, was auf dem Boden ist, hebt man nicht auf. Selber schuld. Das war die siebte Ausgabe von Der Praktikant erzählt eure Witze. Ich hoffe, es werden noch viele schöne Ausgaben folgen. In diesem Sinne, danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.